Hallo Leute, Willkommen zurück zu Tänke mich 3. Naja, lang lang ist es her, aber naja, wie ihr wisst, ich bin selten zu Hause und kann nur sehr selten aufnehmen, wenn überhaupt. Und ja, mir wurde eine PN geschrieben, was ich sehr gut finde, wo stand, was ich verbessern könnte und da stand, dass ich mal andere Kämpfer nehmen sollte. Und deswegen habe ich jetzt mal Lust auf Piccolo. Äh, ja, war doch neu, ne? So, dann nehmen wir mal nicht Goku, sondern kommen wir nehmen ein paar von den Bösen hier, bis Baby Vegeta kommen. Der ist auch ganz cool, ähm, wer das Battle mit, äh, mir und meinen Cousinen geguckt hat, also Lex. War schon ziemlich lustig, gucke ich mir jedes, jeden Abend an. Bardock kommt in den Morgen nochmal. Ist ziemlich, ich fand das so geil. Ne, wir nehmen Bardock, bloß andere Farbe. Okay. Ich fand das ziemlich lustig, ich gucke mir das jeden Abend an und denke, ach, scheiße, aber es ist lustig. Es ist auf jeden Fall lustig. Solltet ihr euch mal ansehen, der, der jetzt gerade mal reingeklickt hat und sich das so anguckt hat. Nehmen wir noch, komm, Ena geht noch. Ach, na komm, wir nehmen mal den Vegeta-Stars-Card hier. Jetzt kommt er mich so an, also wird er jetzt auch genommen. So. Ich werde wohl nicht so lange aufnehmen müssen, weil ich habe immer noch Zeitdruck. Ich habe immer noch so viel vor heute. Und, ja, also, ja. Und nochmal vor der Aufnahme hat mein PC, ist mein PC abgeschmiert mit einem Blue Scoop, oder? Das hat mich schon erschreckt. Okay, komm, Bardock, BAMS. Wuhuhuhu, jetzt habe ich gelernt hier. Ich, ich habe ja schon preisgegeben, dass ich alle Tricks kann, aber ich habe schon den größten Teil vergessen, weil ich das so lange nicht mehr gespielt habe. Aber wir machen sie fertig. BAM! So. Boah! So. Ey, es läuft ja ziemlich gut hier. BAM, so, komm, alle. So, ich kann nicht mal kurz gucken, ob meine, ja, gut, Audioaufnahme läuft. BAM, so, ich muss noch ein paar andere Tricks machen hier. BAM, Tekashi 2-Trick. So. Tekashi 3-Trick down. So, ich bin nicht schlecht. Und mein Videograpper lässt auch nach, so die USB-Verbindung, ne? Also, Leute, das wäre jetzt echt scheiße, wenn das mitten in der Aufnahme abschmiert. Oder überhaupt, wenn, wenn ich aufnehmen will und da schmiert mein Videograpper ab hier. Und ich habe noch alle Projekte offen von, von meinem Abos, nach meinem Abos, nee. Vor meinem 400-Abonnenten-Special habe ich die vier Projekte aufgemacht und habe sie immer noch nicht, immer noch nicht, stelle ich das vor, zu Ende geführt. Wie lahm ich bin, ohne Scheiß. Aber dafür bin ich bei Tekashi schon bei irgendeinem Part 30 oder so. Ist schon erstaunlich. Eigentlich wollte ich nicht so, das so hinausführen. Vielleicht wird ja morgen, also heute kommt ja ein Kumpel von mir vorbei, deswegen habe ich auch ein wenig Zeitdruck. Vielleicht nehme ich mit ihm mal eine Runde Mario Kart Wii auf. Aber er hat ja wahrscheinlich was dagegen. Aber wir werden sehen. So, komm, Mensch. Brems. Komm, das ist der geilste Move hier. Als ich der Geister war, ist schon irgendein richtig geil. Und deswegen nehme ich auch immer Piccolo früh. Weil mir einfach nur dieser Move gefällt hier. So. Blum. So. Haben wir ihn zu Boden gestreckt. Ich nehme mal Tenkaichi 2-Trick. Oh, ich denke, ich nehme jetzt. Tenkaichi 2 war irgendwie das beste Tenkaichi, was ich je gespielt habe. Und das ist es immer noch. Tenkaichi 3 ist schon, keine Ahnung, mir gefällt es einfach nicht mehr. Es gefällt mir einfach nicht, ich kann es nicht beschreiben. Es liegt wahrscheinlich an diesem Skills-System. Bei Tenkaichi 2 konntest du ja noch so oldschool aufleveln. Das war schon irgendwie geil. Das war auch Tenkaichi 2-Trick gerade, aber... Tenkaichi 2 ist einfach perfekt. Also, perfekt für Tenkaichi, ja. Für Budokai ist Budokai 3 perfekt. Budokai ist eines der geilsten, was ich je gespielt habe. Boah, Fingerzimmer. Ich habe mal mit dieser gewichtigen Attacke. Ich setze auch bei Tenkaichi 2 an, aber... Und Tenkaichi 2 ist so genial, ohne Scheiß. Bam, come on. Kann er auch die Tenkaichi-System? Ja, das kann er doch. Boah, cool, jeder Attacke geht. Bam, so. Also, Leute, guckt euch das, äh... Battle an von mir und Lex. Das ist ziemlich geil. Aber wenn ich so nachdenke, ich habe bei Tenkaichi 3 schon sehr viel geschafft. Ich habe alle Charaktere, alle Länder. Ich habe hier nur noch diese Sim... Äh, diese 100 Kämpfe. Dann habe ich das wirklich, sage ich mal so, ohne die ganzen Skills, also die ganzen Cups zusammen, würde ich sagen, ja, ich habe es eigentlich ganz gut gemacht, das... Ja, und jetzt, was ich mir ja merke, hier... Ja, also die letzten Parts von mir halt immer so, ja, ich muss jetzt was aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn ich wirklich... Die Parts, wenn ich mich wirklich zwinge, die Parts aufzunehmen, die Motivation kommt danach, aber nach so ein, zwei Stunden... Ey, ein dummer Wichser, Alter. Ich habe mich schon aufs Drehen vorbereitet. Ey, ich kack ab, Alter. Ey, da. BAM! Tenkaichi 2 trägt bloß in Tenkaichi 2 das bloß mehr abgezogen, das wollte ich mal sagen. So, friss das! Boah! Wo war ich denn jetzt hängen geblieben, denn? Ja, wenn ich mich zwinge, die aufzunehmen, dann kommt halt nur raus, wie, äh, dass die letzten Parts, das so kam, mir so, untröstlich und, äh, wie, ist es unmotiviert. Dann habe ich gesagt, so, nee, also, wirklich, wenn es nicht geht, dann mache ich es nicht. Und der Online-Modus von der Wii ist Dreck, das sage ich euch jetzt schon. Und, falls jemand trotzdem mit mir online spielen will, ich weiß, ich bin ja, wer mich aber ist mir jetzt egal, falls jemand trotzdem spielen will, der schreibt mir einfach mal an den PN oder einen Kommentar, und sagt, hey, ich will wirklich verlieren. Ja, haha, das war schon provokant hier, äh, provoziert habe ich euch schon hier, damit ihr mal gegen mich spielt wisst hier. Aber ohne Scheiß, der Online-Modus ist das Dreck. Jo. Und, ja. Also, mein Mikrofon ist nicht schlecht, muss ich mal so sagen. Also, ich habe ja schon ein neues Mikrofon. Habe ich, glaube ich, erst in FIFA Street erwähnt, dass ich ein neues Mikrofon habe. Aber jetzt kann ich das endlich so machen, wie die meisten das machen, nämlich in-game-Sound einzeln und, ähm, Oh, nein, Piccolo regt nicht ab. In-game-Sound und Stimme vereinzelt, das finde ich sehr gut, dann kannst du sehr geil regulieren. Wann kommt denn dieser Vegeta dran hier? Da drückt sich wohl die ganze Zeit, so. Ah, komm, wir riskieren's, wir riskieren's, verwandeln wir uns in einen Werwolf. Äh, Wer-Alpha, äh, Wer-Alpha, Wer-Wer-Wolf, meine ich. Super-Gerling-Gorn. Ach, komm, sowas schlüpst du doch weg, ohne, äh, frisst du doch zum Frühstück. Ey, das aber, ich muss mal sagen, von den Schlägen ist der ziemlich schnell. Neeeeein! Ja. Aber der ist auch ein ziemlich großes Angriffsziel. Also. Ah, boah, da kam mir auch noch die dreckige Sau. Bams. Der Anteankechi 2 sah das ein bisschen anders aus. Äh. Hier. Aber ich find das cool hier, wie es wieder das macht. So, bams. Ich geh so, früher bei Tekashi war ich so mehr auf, auf. Mann! War ich so mehr auf Attacken, jetzt geh ich mehr an die, an die, an, an den Narka 4 so. Bams. Was ist das? Friss meine, äh, Energiewelle. Ja. Bei Tenkai Chi 1, ohne Scheiß, Tenkai Chi 1, Mist. Früher, früher hab ich gedacht, oh, wie genial, wie genial das Spiel ist. Und jetzt denkst du, wenn du die neueren Tenkai-Siehst, oh, das Spiel ist echt Dreck. Aber von der Grafik her, muss ich so sagen, die haben da, das war schon richtig, das war richtig genial aus. Von der Grafik, die ganzen Charaktere, die sahen richtig geil aus. Und ich muss schon sagen, dass die, dass die schon beinahe einen Rückschritt gemacht haben. Äh. Natürlich. Dass die schon beinahe einen Rückschritt gemacht haben, bei der Grafik, bei den meisten Spielen. Boah, du dreckig Fotze, Alter. Mann, das ist der letzte Club Unit, ich krieg dir den Daumen. Komm, aufwarten mir, ich will euch das, verwandelt dich doch. Ja. Ja, wer Affe? R3. Ja, steh doch da, dann bist du abglockig. R3, R3, klappt nicht, egal. Get lost. So, und dann hätten wir den Kampf nach 10 Minuten fertig. Ey. Bitte, Piccolo, mach dir den fertig. Ich krieg das mit Bordock nicht hin. Piccolo, täuscht mich nicht. Nix hochspannung. Nein. Nein. Du möchtest ihn weg? Oh Alter, das wird am Ende richtig episch. Oh, wir hätten ihn fertig gemacht. Ja, leider kann ich heute nicht so viel aufnehmen, habe ich ja schon erzählt. Ah, ja, ja, das ist schon komisch. Morgen geht das auch leider nicht, also ey, ohne Scheiß, ich hatte die ganze Ferien. Die erste Woche war ziemlich chillig, ich war ja bei meinen Eddies. Und ja, konnte ich die ganze Zeit nicht aufnehmen. Ich bin zu Hause, ne? Ja, zu Hause und Eddies ist schon mal... Oh Leute, hier gibt's keinen Zufall, ich würde kurz sagen, komm, wir machen jetzt alle Zufall. Äh, äh, wir nehmen mal einen... Auf Gohan Zukunft hätte ich dazu ein bisschen Lust. Und wen noch? Wen ist da noch ewig? Buh... Naja... Ich würde ja Freezer nehmen, komm, wir nehmen mal diesen... ...Metall-Freezer. Die Freezer. Wir nehmen den Metall-Kühlschrank. So... Alleine wirst du es nicht schaffen, die ganzen Schwerter rauszuziehen, aber zu zweit. Habe ich schon mal geschafft. Wenn der Leiter einfach neue Schwerter hätte, das ist so... ... abnormal. Anstatt mal... ... anstatt wenn alle die Schwerter rausgezogen sind, einen willkommen oder herzlichen Glückwunsch... Ich werde deinem Gegner sein. Zeig mir dein Schwerter. Ach, die Schwerter... Ich kann die Schwerter nicht leiden. Komm ran. Aschgesicht. Ja, verpiss dich! Ja, und... Alter, das ist zu, Alter. Wann mal, wie ging da noch... Nein, das ging da nicht. Ey, ich hasse diesen... ...Typen, Alter. Der haut am Anfang ab. Echt? Das ist der Typ, den finde ich voll eklig jetzt ohne Scheiß. Der hat pinke Fingernägel, ey. Das ist ja wirklich... Was haben sich die Japaner dabei gedacht ohne Scheiß? Als sie den Teufel machen mussten. Ich kenn ja... Ich hab wirklich noch nie Dragon Ball geguckt. Also... Versteht mich bitte nicht falsch. Ich versteh es nicht. Hat das irgendeinen Sinn? So, komm. Mann... Affe Gesicht, Alter. Ey, Junge, Alter. Häh? Tch, tch, tch. Alter, das wollte ich gar nicht machen. Ey, das war jetzt lustig. Aber ich mach das so trotzdem. Das ist das einzige Aktive, die... ...die so mit nem... ...Schlag wegkicken. Weil das könnte sich... ...übelst schlecht abblocken. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich geh voll daneben. Ha, ha, ha. Ich geh voll daneben. Ha, ha, ha. Oh, ja. Ähm... Ja. Ich wollte eigentlich noch, äh... ...ein bisschen mehr aufnehmen. Wie gesagt, so einen kleinen Vorrat ansammeln. Aber... ...unter malem Zeitdruck... ...wird es nicht klappen. Guck, 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 guck. Yes. Die Attacke für mich ist geil. Bam. Ja, wenn... ...wenn die ganze Spiele auf dem PC wären, wären das ja kein Problem. Aber die sind ja auf der Konsole. Also... ...Emulator habe ich bestimmt auch gesagt. Das ist ja schnell. Ja. Da gibt's mal, wie das rein gehoben hat hier. Weil der Himmel... ...muss ich eh erst die Konsole... ...ääh... ...anschließen... ...und PC. Finde ich übelst stressig. ...wende Scheiß. Manchmal vergeht mir auch die Lust, wenn ich Zeit habe. Und dann denke ich auch, jetzt kannst du ja mal was aufnehmen. Aber dann denke ich so... ...mensch, da musst du ja wieder übelst viel anschließen. Und, und, und... ...übelst viel... ...neiiiin! Vorbereitungen treffen. Ey Leute, ich kack ab. Ich kack ab. Ich kack so was. Ich kack ab. Ne, nur drei Gegner waren's, ne? Der ist ja jetzt down... ...und der... Seht ihr? Hat mir aber auch ein bisschen Leben aufgesagt. Die dreckige Schuchtel. Was sind denn da alles? Äähm... Tote Strahlen... ...und Spaltyp. Dann spalten wir unseren Gegner. Natürlich... ...seine Attacke geht... ...vor. Und die zieht auch übelst viel ab, ey. Ich glaub ich spinne. Ah Affe, alter. ... du Steinn. Oh ich sch schau nicht einfach. Ich bin ich hier übrigens, am Konzentrieren... ... alter! ...auch zumezeln... ... am Konzentrieren hier den... ... was Sackesicht hier fertig zu machen. Spalten... ... hat Sackesach... ... ahn, Scheiße. War er klar. Was Leute, ich fang, ich fang kein neues Projekt an, ne, nur so zur Entführung. Vielleicht mal so ein kleines Zwischenruf für Monopoly. Aber so was Großes ist, erst wenn die ganzen... Ey, ich glaube, ich spinne. Ja, aber hier. Aber erst, ich mach was Größeres, zum Beispiel hatte ich oft GTA San Andreas oder so, hatte ich Bock, aber ich trau mich halt nie, weil das Spiel so elend lang ist. Und ihr seht, das Spiel ist auch elend lang, also jetzt, weil ich nicht alles mache. Und deswegen... Nein, oh, wie das dann nehm ging. Haha. Und deswegen, ja. Ich will aber sagen, die Kamerastellung so von da unten, so sieht's schon ein bisschen cool aus, ja. Na gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir haben... Also, ich hab geschafft, was ich heute schon wollte, dass 20 Minuten lang aufnehmen. Ja, das ist mal was ganz anderes, ne. Ja, wie fast... Nö. Ne, das ist mir jetzt zu lang, Leute, da brauche ich jetzt mindestens 10 Minuten dafür. Weil wir haben ja... Für die hier... Und für mich haben hier 10 Minuten gebraucht. Und hier haben wir... Auch schon fast 10 Minuten gebraucht. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen... Ähm... Ja, war's das für diesen Part. Ich muss mich jetzt auch, Leute, vorbereiten. Und... Ja. Ich... Ich... Hoffe... Ihr... Habt... Wart geduldig. Also, ich hoffe, ihr... Ihr seid mir nicht böse, wenn ich... Wenn wirklich wenig kommt. Also, es tut mir wirklich leid, die Schule. Es ist... Eine... Ganz, ganz schwere Schule. Oh, 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 oh. Was für ein Ausdruck, ne. Und... Ne, ich hab keine Angst, ich hab noch keinen Zeitluft, Paul Horst. Also, ähm, ja. Dann würde ich sagen... Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Und, ja. Wir sehen uns dann hoffentlich schon in naher Zeit. Beim nächsten Mal, Leute. Tschau.